Hallo und Herzlich Willkommen zu Bigfoot! Und heute bewundern wir ein wunderschönes Gesicht. Äh, ja. Die letzte Folge wurde von technischen Problemen beendet. Wer es nicht gesehen hat, kann das natürlich noch gerne anschauen. Und, äh, ja. Möchtest du etwas sagen? Oh. Hier wurde Sachbeschädigung betrieben. Was sagen sie dazu? Ich möchte nicht sprechen. Ich wollte schon springen sein. Haben wir hier noch irgendwas in unserem... Kapuf? Ne. Also, man muss dazu sagen, wir haben jetzt seit... Wann haben wir das letzte Mal auf? Zum Beispiel auch schon. Einen Monat her. Einen Monat ist her. Äh, genau. Einen Monat ist her. Ja. Mh, ja. Wir sind nicht im Aufnahmemodus. Zuschauer noch erzählt, dass ich eindeutig der krassere Spieler bin. Ja. Das ist auch so ein Spiel, wo es auf Skill ankommt, klar. Weiß jeder. Bigfoot. Absolutes Skill-Game. Nur für die absoluten Profis geschaffen. So. Also, was haben wir denn? Wo waren wir denn? Machen wir die Map mal auf. House of Sumpf. Also waren sie schon im Norden. Und im Norden. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt so gerade aus da wo ich hinguck mal. Oder was hält ich von der Idee? Okay. Wir verfallen nämlich nur. Eine Fahne. Kein Fleisch. Wenn du hier siehst, schieß es bitte. Doch. Auf geht's. Bin unge Mann. Dauut. Es ist ein Vegetarier. Vegan. So, ungefähr diese Richtung. Mir kann ich Sachen aufnehmen nochmal. Meins. Ich hab nur 10 Schuss. Ich hab nur 9 Schuss. Puh. Professional. Ja, stimmt. Genau. Oh, hier ist bestimmt eine Falle. War es nicht die Folge mit Munitionsproblemen? Ja, die auch. Das war die Folge mit... Hast du Fleisch? Mit Kuh. Kannst du das Kreisel öffnen? Fleisch. Klar hab ich Fleisch. Ja, super. Warte. Geschwindig mal. Kannst mal fallen. Mal zeigen die Kamera hin. Ja, so. Zeig. Mach's nur drauf. Hä? So, das ist eine 2000 IQ-Falle. Die Kamera haasch eigentlich durch. Du platziert so schief wie die steht. Welch Berg eins. Aber wo ist denn die Lebensanzeiger? Eine Sprung, wie ist man? Ich glaube die kommt erst wieder, wenn wir den wieder anfangen. Es gibt hier gar kein Bigfoot, das ist ja überhaupt kein Grund zur Besorgnis, liebe Kinder, hier wird auch niemand erschreckt oder sonst irgendwas. Ja, okay, die Einzigen, die sind die Hosen scheißen, das sind wahrscheinlich wir, ganz besonders ich. Findest du das Spiel gruselig? Gut, das ist ja, ich bin der Einzige, der mit die Hosen scheißen. Deswegen hab ich auch den Hauptredeanteil, damit ich abgelenkt bin. Ja, genau. Und du musst die 3 Millionen IQ-Plays machen. Ja, deswegen bin ich im Face-Clam. Guck, ich bin bekannt für solche Sachen. Ja, vom Schwende-Munition, du hast ja so viel. Ja. Nein. Warum wird das eigentlich schon wieder dunkel, ich mag das nicht. Abgenakt. Und, äh, oh, was haben wir denn hier? Ah, ein Furzloch. Wo ist ich denn heiß jetzt? Hörst du mich? Ja. Ich speichere. Beenden. Das hat doch einen perfekten Pass, Alter. Super. Super. Aber wir mussten kurz Pause machen, weil das Gesicht mir in die Fresse geschossen hat. Das hat nicht gut geschmeckt. Aber, naja. Wo waren wir wollten hin? Nach links unten. Äh, genau. Left-Au-Unden. Äh. Äh, kein Camo, oder? Cam. Hey, guck mal, wie low der ist. Ha, da ist die Falle, wir kennen zwei, ha, du Luschen. Gut, der schlicht aggressiv, der ganz schöne Oberschenkel, Mensch. Da schnappt doch davor, her, der schiehrichtig für den Sento. Scheine Face, der hat sich gefressen schon. Wie dann, ey, schwimm rüber. Ah. Die kann nicht hoch. Er geht auch mal nicht hoch. Das aussieht. Der Besten ist, wenn er einhändig schwimmt. Egal, der war bei unserem Weg und ist ungefähr Richtung Norden gerannt. Also, der dürfte uns die nächsten 10 Minuten nicht belästigen. Hoff ich mal. Weißer. Ja. Ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen. Wo? Warum ist der Regen eigentlich orange? Kennst du, äh, kennst du was wahrscheinlich nicht, aber es gibt so eine... Warum ist der Regen orange? Ja, so Blut, Blutregen, es regnet Blut, das ist normal. Aha. Wenn irgendwo eine Falle. Ne, ne, ne Cam. Ne, ne Cam, right? Hast du noch Fleisch? Ich hab keine Falsch, nur Fallen. Gar nix mehr, ich bin arm. Ich hab nur noch Drohne. Und... ...das hier. Jetzt brauchst du, die Tiere zu verscheuchen, also... ...vergäu ich dich nicht. Jetzt war eigentlich genug, glaub ich, hier scheuen wir uns auf Camp... Ah, hier, Camp Cabanussi. Oder so. Haben wir hier irgendwas zurückgelassen wahrscheinlich, nicht? Jetzt bin ich mal den Rucksack. Kann ich's droppen. Nix. Ach, sowieso, so Bigfoot-Kunst. Ach, pö. Sein gespürt. So ist das auch ein Spuck. Ach, hier ist ne Falle, aber ja, Zufall. Die Nachttakt-Sicht-Kamera. Löff, steck fest. Wo ist denn? Da, so, da, in die Richtung. Unten, links. Da ist so ein Zipfel, warum stimmt das nicht? Schau dir auf jeden Fall auf meinem Kanal vorbei. Link in der Videobeschreibung. Hier wieder, na, ist doch gut. Ob ich da dran lieg. Du hättest noch nie dran gedacht, wenn du mit mir aufgenautschst. Was ist denn hier? Eine Brücke, ist nichts. Ich bin ein bisschen low, fällt mir grad auf. Dann, hier, die... Du bist wieder stabil unterwegs. Vor dir rechts, man. Entschuldigung, ich hab auch ein Minimatter. Echt? Ja. Ja, schaff ich. Äh. Äh. Mit Fleisch! Fress! Triff Shatter! Ah! Ein Bär! Gott! Jesus! Äh. Äh. Ey, opfer! Ah! Aua! What the fuck, echt? Ich will den Rumpfstuch. Get meat. Ich hab nur noch einen Schuss. Das ist brutal. Ich hab auch mitgekettet. Zwei Schuss noch, geil. Wir müssen dann was finden. Ich muss mir erstmal hier hin, denn wer hat mich was getötet. So. Hier links vielleicht irgendwo, ne? Hast du auch Fieber, ein bisschen? Ja, mein Fieber. Äh. Und der... 36,6. Das passt! Das ist immer so. Konständig 36,6. Jetzt ehrlich, wie so ein Rap-Videos. So klug, weiss ich. Warum hab ich das dummfe Gefühl, dass es einfach nichts ist? Ich kann nicht mehr springen. Ich kann nichts. Ah doch. Heißle und Gräber, Herr Mensch. Also war mir doch schon. Aber ich mag hier doch den... Heißle, nein. Mein Lüge. Aus des Bergmanns. Herr Bergmann, ah. Ich packe hier drin Fisch. Drohnenbatterie. Das ist doch was, was du immer benötigst. Ich habe Munition hier im Eck. Du darfst es haben. Ähm. Da ist noch ein Erste-Hilfe-Set. Und hier ist noch eine Drohnenbatterie auf dem Tisch. Und eine Radius. Aber das ist ekelhaft. Hast alles. Das ist ein Signalfackel. Kann man auch nicht. So. Wir schnitzen. Wo wir letztes Mal hier waren. Ne, wir waren nicht hier. Wir waren privat für Wüksicht. Wir müssen noch erst in deine Aufnahme. Ah. War mal auch schon. Alte Mille. Wir werden mal nicht zu verlegen. jetzt ich brauche es der Einzige also ich hab acht ich bin ein Tag geben die Kinder zu hoffen ich bin ein Eintrag das muss ich klicken ein Prozent ein auf ein Trakt in der Nähe ja und dann da muss ich die Wettbewerbssuche draufklicken zu begeben der Beobachter ja wie soll ich mir geben ja ich hab insgesamt 16 mehr eben wie du Spaß ich bin gleich genug kommst du hier vorbei ja also nur vorschlagen Stolz da ist noch so der ich glaube ich bin noch überall kamen Knotten 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 Du stirbst, steht bei mir dran Nein! Du schickst! D-Würft Und wie stimmt ich bin auch gestanden der aber alles, alles beim Sturz mit dem ich spiel 4 weil es hoch ist das Spiel das Spiel das das Spiel ein Nein! das Spiel wenn er fein den Weg kommt schlüpsel dann da hat's nicht gepiepst HA! heiter zack scheiß Natur ey weg überdrehen aus viel zu gut bei Deutschland geht's hier irgendwo nach rechts da ist Hochstand hinter hier ist was ja stopp alter Reaktum alter Reaktum auch Gewehrmunition hätte es doch still können da ist ja noch Fleisch ne ne wenn das der Fall ist dann ja dann machen wir jetzt folgendes ne ich hab kein Fleisch das sind Stück ja haben wir jetzt hier ne Falle hin und mal Schweinschneiden wir setzen uns auf den Jagdtorber und warten bis er kommt wir machen's wie professionell Jäger und dann schießt man hell sonst krieg's nicht aus ich lebe den Augsby den das Licht aus das Licht auslassen ok aus mach schon Vlog ich will auch machen wir kommen zu meinem neuen Vlog bis hier mitten im Wald der der welche Youtube ist beharrt ähm Tanzverbot der Tanzverbot kommt gleich wir haben da schon ein bisschen Fleisch hingelegt ich wollte mir ein wildes Unge anlocken aber der mag kein Fleisch und wir hatten nur Fleisch dabei deswegen haben wir es gelassen Drei Tage später halt mal steh jetzt man ich bin mir würde es interessieren jetzt wo ist der Ohrring mir würde es interessieren mir würde es interessieren warum diese Taschenlampe als unsere Stirne überhaupt hält weil ich meine die ist nicht festgemacht ist einfach da zeig wo ja die Stirnlampe die ist einfach nur da die haben wir da hingeklebt mit doppelt seit dem Klebeband oder was mit Panzertipp so komplett umwickelt mit Panzertipp einfach komplett wie so ein Turban 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 ich wollte Urbarn Bleib mir weg ich hab keinen Bock mehr auf die scheiß Natur nein das lockt Fliegen an und Fliegen ist in Natur geh weg morgens schnorkeln aber das sind die Bigfoot Wald schnacken weißt doch dann doch mal schon aggressiv das ist doch gut da kommt er wenigstens das ist immer gleich da und müssen die Kombo des Jahres geben der Trommelgarten der Wolfarmee zusammen dann schlägst du schlägst mich mit Messer ne ich hab schon gedacht der war umblutet die Karke halbarnische Messerstecherrei das 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 kann man irgendwie hinschnecken jetzt varied jetzt ich komm gleich los los ja Okay, harte, ja. Aber schrennen wir zu dir, komm, und jetzt haben wir es nicht. Ja, dann stehe ich langsam zusammen. Fist-Fighten mit Pickel. Komm, was kommt eigentlich, wenn man das schafft? Keine Ahnung, ich hab's noch nicht geschafft. Ich hab's ja noch nie gespielt, außer mit dir, du g'sehrt. Ja, und? Okay, paar Tests aber sonst. Jetzt machen wir deine Luscherlampe aus. Aber schon am Tag sowieso nicht. Was sagt euch so deine HP? Nee. Full, nice. Full, also, was auch full life? Nee, ich hab drei Viertel, ey. Verschwendung! Warum, ich hab noch zwei. Nee, irgendwas geraschelt. Hat was geraschelt. Zelt. Hä? Guck mal, ich hab ein Zelt gebläst. Rein da, ey! Ist da irgendwas drin? Ich hab's nicht gut. Mit C oder mit Alt? Wie wird er zumacken? Ich hab die Drohne auspackt. Komm auch rein! Nee, wir wissen, wen als erstes sein kräftig im Zelt oder mich auf dem Turm. Ich hab's nicht gut. Ich hab's nicht gut. Ich hab' den Mist. Du bist wieder hingerbringt. Drei Wöchen später. Hä? Was ist? schweb ich bin ich und die Banken wie wie das hier spät scheinen 16.31 vor zwei minu 16 aufgeführt Fress du dummer Köter da! Ich muss mein Fenster kürzen. Hörst du die Musik auch? Heilsam stütteln! Du hörst die Musik auch, oder? Nee. Das ist keine Musik. Nee. Wir kommen gerade zur Bits-de-creepy-ge Musik. Ja, ich hör's. Jetzt habe ich Bigfoot zu suchen. Wo ist eh fein? Ein Baum. Das wird eh. Alles da unten. Wie immer noch wichtig machen, wenn's rasch. Das ist einfach nur gruselig. Das ist einfach nur gruselig. Wir haben zum Flugzeug gestanden, aber weh. Voll viel wichtig, Kid. Da kommt doch! Der kommt! Wo denn? Da kommt er! Schieß drauf! Da! Der Gorilla! Ach stimmt! Geh! Ah! 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 Gott! Push! Ende 3! Hey! Da ist ein Stein getroffen! Da ist ein Stein getroffen! Haben wir ihn einge... Ja, okay. Blas die Verfolgung ab. Wir haben ja kein Tracky Ding. Das hat keinen Wert. Aber gut HP verloren, man. Ich hab nicht drauf geachtet. Also ich hab nicht allzu oft getroffen, glaube ich. Ich hab ihn zweimal gehärtet. Jetzt haben wir keinen Stand mehr. Können Stand! Was zählt euch mit der Alpacke? Nehmen! Hey, der ist noch da? Nehmen! Wo? Da ist ein Ausbruch. Wer ist ausbruch? Komm, wir können jetzt. Dann kann man jetzt zum Campingurlaub. Vielleicht steigen jetzt hin. Ne, lieber nicht. Ach! Nein! Wir brauchen Munition! Schau mir aus dem Boden. Ja. Mach dein Lamm aus. Schon lustig. Nein, bei Nacht nicht. Wir wollen ihn ja jetzt nicht... ihm nicht auflauen. Hat ja nicht geklappt, aber wenn. Sehr gut. Bis zum nächsten Mal.